Meine lieben, ich als Malermeisterin und Künstlerin und Autorin habe das natürlich hier drin zusammengefasst. Und alle Buchstaben hier haben ja spezielle Farben. Seht ihr das da? Die haben ja alle unterschiedliche Farben. Das soll ja die Kinder animieren, die Buchstaben bunt auszumalen und so in Praxis die irgendwie kennenzulernen. So und jetzt erzähle ich euch etwas über Farben und ihre Wirkung. Ihr habt es da reingebracht im Kontext zum Lernen natürlich. Ich habe natürlich die Farbenphilosophie studiert und kennt da natürlich viel mehr Bereiche, wo sie angewendet werden können. Aber hier soll es ja dem Lernen unterstützen. Und zum Beispiel, Gelb unterstützt die Gehirntätigkeit, fördert die Konzentration, bringt Hälterkeit und klärt den Geist. Und dann kommen wir zum Orange. Orange hilft die Lebensfreude zu aktivieren, fördert die Geselligkeit und macht zudem noch kreativ. Und so geht es natürlich durch die ganze Farbenpalette. Auch Gold und Silber habe ich erwähnt. Und wer mehr wissen will, der kann das übrigens im Shop bestellen. shop.modella-mella.com Ich blende euch das natürlich ein. Also, bleibt dran, ich erzähle euch noch ein bisschen mehr von diesem Buch. Wenn das so gut hier denn eh voir. Und dann Eating